Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Ich hatte jetzt eigentlich die letzten Tage schon mal eine Runde Solo aufgenommen, aber da habe ich die Tonspur verkackt, das hätte eigentlich am Dienstabend Montag schon kommen sollen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich spiele jetzt einfach gerade mal eine Runde Gruppenkeile und ja, da passiert jetzt einfach ein bisschen mehr. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr denn mal Bock auch auf Solo-Runden, auch wenn sich da jetzt nicht so oft so mega viel tut? Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich plane ja auch künftig mehr zu streamen. Häufig, oh, da liegt eine neue Pump, ich liebe diese neue Pump. Am Anfang haben alle geweint, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, weil ich die einfach nur mega geil finde. Ich finde die Hammer, ich finde die richtig Hammer. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das trotzdem mal interessieren würde. Auch wenn halt sich in der Solo-Runde nicht so super viel tut, weil ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin schon deutlich besser geworden, als ich es am Anfang mal war. Ähm, das wäre auch traurig, wenn nicht. Also ich, ja. Aber, ja. Ich bin dann doch meistens eher so diejenige, die sich irgendwo verkriecht und nicht richtig pusht, sondern einfach so ein bisschen das Match abwartet und guckt, dass ich dann am Schluss irgendwie noch was hingezimmert kriege. Aber, ja, wie gesagt, könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Äh, dann nehme ich mal lieber die mit. Ich muss nämlich auch noch zwei Kills mit der MP machen. Werde ich wahrscheinlich sowieso wieder nicht dran denken. Muss ich einfach mal versuchen dran zu denken, wenn ich... Nein, nicht die Tommy Gun. Ähm, werde ich einfach mal versuchen dran zu denken, wenn ich jemanden von hinten erwischen kann. Ha! Das ist höchst unsportlich, jemanden von hinten zu erschießen, aber... Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Was habe ich denn hier? Ich habe hier überall... Ich habe hier überall Blue Life rumfliegen. Kann ich... Wie viele Minis kann ich denn mitnehmen? Mehr als sechs geht nicht. Ist ja noch jemand anderes gewesen. Scheint so, ne? So, ein bisschen Muni nehmen wir noch mit. Hier hätte jetzt auch noch eine blaue Pump gelegen, aber die brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Ein Bogen wäre halt noch geil. Ich kämpfe mega gern mit dem Bogen. Wisst ihr, was das Geile ist? Ich bin in der Zone drin. Ich bin in der Zone drin. So muss das. Okay, Blue Life habe ich voll. Das heißt, ich brauche mich nicht von Pilzen zu ernähren. Mal gucken, was hier in der Truhe noch drin ist. Vielleicht haben wir da ja einen Bogen drin. Unwahrscheinlich, aber... Können wir ja mal probieren. Nehme ich die Minis... Ja, ich glaube, ich nehme die Minis mit. Ich weiß nicht. Bei einem Jug-Jug braucht man immer so super lang, bis man... Bis man den getrunken hat. Da ist nichts mehr eben mit kleiner Snack zwischendurch. Das dauert immer Ewigkeiten. Ich muss sagen, ich liebe den Gruppenkeile-Modus ja auch, um mich so ein bisschen einzuspielen. Klar kann man auch einen Kreativ-Modus machen auf Maps. Auf Maps, ganz ehrlich, letztens habe ich einen Jump'n'Run-Parcours gespielt, der scheinbar bei mir verpackt gewesen ist. Weil ich da so Rohrelemente an der Seite nicht gesehen habe, die da eigentlich hätten sein sollen. Und ich habe schon gedacht, ich bin total bescheuert. Bin ich wahrscheinlich auch, aber... Ich habe es stückweise aufgenommen. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal, wenn ich so im Kreativ-Modus irgendwas mache, nehme ich einfach mal immer so ein bisschen was auf und schneide das dann mal irgendwie alles zusammen oder so. Aber ganz ehrlich, diese Jump'n'Run, also diese Movement-Kreativ-Maps, die sind schon eigentlich auch sehr geil. Die sind vor allen Dingen sehr lustig, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Wobei, ja, lustig liegt auch im Auge des Betrachters. Also man selber findet das dann in dem Moment eigentlich gerade eher ungeil, aber... Äh... So, ich bin immer noch nicht ganz voll gelootet. Ich... Füllt ihr auch... Lootet ihr auch immer Steine und... und... und Metall? Oder... Ich weiß nicht, ich mache irgendwie immer nur das Holz voll. Dabei halten die anderen Sachen ja viel schneller, aber... Ja, viel länger. Ja, die halten viel schneller. Warum habe ich eigentlich noch keinen... Kein Gegner gesehen? Das Problem ist, wenn ich, ähm... Fortnite am PC aufnehme, also ich spiele jetzt gerade auf der Playsy, aber ich habe, wenn ich abends halt so zocke, dann habe ich immer das... die Kopfhörer eingesteckt im Playsy-Controller. Und... Dann... Hoch. Und dann ist halt was zur Hölle. Dann ist halt das Spiel viel lauter. Wenn ich das jetzt über, ähm... Meine... Meine Aufnahmesoftware spiele, dann ist es mega leise. Ich höre quasi kaum was, aber ich bin eigentlich auch zu faul, das raufzuregeln. Wo sind denn alle Sachen mal? Da hinten kommt ein Airdrop runter. Vielleicht ist da ja ein Bogen drin oder was anderes Leckeres. Das ist wahrscheinlich da oben irgendwo beim Haus. Ich habe jetzt natürlich auch wieder einen super auffälligen Skin. Ich bin immer irgendwie bunt. Mir gefallen die Skins auch mega, aber sie sind halt auffällig, ne? Da oben ist noch eine Truhe. Ich kann ja mal gucken, ob ich den erwische. Es ist halt echt, ich höre keine Schritte und nischt. Ich höre Schüsse, aber... Aber das war's dann auch. Boah, das ist ja mal mega nervig. Wie die Kiste da steht. Weh, hier fällt jetzt was runter. Oh, ne epische Pam. Nice. Nice to this. Was habe ich denn für einen Aim? Mein Aim ist quasi nicht vorhanden. Wat'n Scheiß. Ich habe meine MP weggeworfen. Wann habe ich denn meine MP weggeworfen? Die brauche ich doch. Oh, ne. Scheiße. Na ja, eine MP werde ich wohl. Ach, für die, ne? Oh. Ja. Ne? Dumm gelaufen. Also der erste saß. Die anderen eher weniger. Aber egal. Ich will mich mal nicht beschweren. Er ist tot und das ist die Hauptsache. Ich hätte gerne einen Bogen. Hier kommt doch irgendwo einer runter. Eifreilich. Warum baue ich denn keine Wände? Hallo? Hallo? Wo ist die denn hin? Ich habe doch gerade... Aha. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade irgendwas gehört. Liegen die Jugjugs noch hier? Warte, einer war in so einem... In so einem... Ach, die Zone kommt gleich. Ein Jugjug war in einem... War doch in so einem Container drin, oder nicht? Ja, aber ich muss hier raus. Vielleicht kann ich hier wenigstens die Pilze noch fressen. Dann spare ich mir die Minis. Irgendwo hat gerade jemand geriftet. Nein. Lange überlebe ich das sowieso nicht mehr. Da oben hüpfen noch Gegner drauf rum. Ich könnte jetzt halt mal irgendwas gebrauchen, womit ich mich heilen könnte. Aber ich... Ja. Ja, ich hätte eigentlich die Jugjugs noch holen können. Aber egal. Whatever. Ich trinke jetzt hier einen von. Haha. Dann kann ich mich wieder voll ins Gefecht stürzen hier. Geht nur die Hälfte verloren. So. Niemand will das Infanteriegewehr. Ich kämpfe damit aber auch mega ungerne. Kämpft ihr damit gerne? Oh, sorry. Jetzt habe ich dem einfach die Tür vor der Nase zugehauen. Wo sind denn hier da unten? Fährt einer mit dem... Quart? Wo sind denn die? Da unten ist einer. Oha. Den hätten wir auch. Aber hier hat doch eben noch einer geschossen. Wo denn? Am Berg oben drauf. Da oben sitzt der Kumpel. Saß. Hauptsache ich... nutze die hier auf völlig freiem Feld. Ach, das ist süß. Der hat mich eingebaut. Hi. Nein. Nein. Nein! Von hinten, du Sackgesicht! Scheiße! Okay. Egal. Direkt wieder rein. Ich hätte mich auch erstmal ein bisschen einbauen können. Nein. Oh shit! Welcher Sack hat mir denn da von hinten die Deckung weggelassen? Da kam da von hinten noch einer. Vor mir hatte ich auf jeden Fall zwei. Schiete! Okay. Macht nichts. Also so ist... Ja, es könnte besser laufen. Aber es läuft jetzt auch nicht so mega kacke. Dafür, dass es die erste Runde ist für mich heute und ich noch null eingeschossen bin, ist es eigentlich halbwegs okay. Und ich höre immer noch nix. Ist eigentlich total bescheuert, auf die Entfernung mit der Pump zu kämpfen. Zumal ich das schwere Sturmgewehr habe. Mit Munition ohne Ende. Nein! Scheiße! Ich habe schon den Finger auf Kreis, um mich einzubauen. Ich habe zu langsam reagiert. Das ist momentan noch so ein bisschen das, woran ich arbeite muss. Das heißt so ein bisschen, das ist halt das, woran ich arbeiten muss. Dass ich schneller reagiere, mich einzubauen. Wo haben die denn immer ihr Blue Life her? Okay, ich hätte eigentlich auch noch Blue Life. Ich hätte eigentlich auch noch Blue Life. Das sollte ich vielleicht auch mal nutzen. Ich habe doch noch vier Minis. Mensch, Kaddi, was tust du? Außer failen. Was kannst du eigentlich? Oh! G'moye! Oha! Nein, nicht gut. Sind ja schon wieder zwei. Dem einen habe ich noch einen 60er-Hit gegeben, aber das reicht halt nicht. Da waren vier Gegner noch. Wollt ihr mich komplett verarschen hier? Ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich hinter mir einer gelandet habe. I don't know. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Blue Life. Ahahahahaha! Guten Morgen! Wo rennt denn der hin? Kommt zurück! Aua! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich immer mit meinen Panikdächern, ne? Ihr müsst wissen, ich baue immer Dächer aus Panik. Ich weiß auch nicht, warum. Ich neige dazu, auf Dächer zu drücken. Nimm dies! Nein, 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 nein! Scheiße! Komm, die zwei Kills will ich aber noch. Wenigstens zweistellig. Was bist du denn für einen Sackgesicht? Warum erschießt er sich denn selber, der Volltrottel? Echt? Diese, diese, diese Drecksraketenwerferopfer, ne? Was ein Scheiß! Naja, egal. Mir hat die Runde auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ihr es auch ganz lustig oder interessant oder was auch immer fandet, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Und wie gesagt, schreibt doch mal, ähm, soll ich auch mal Solo-Runden spielen, wo ich dann einfach vielleicht ein bisschen labere, solange wie nichts los ist? Schreibt's doch in die Kommentare und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!